Herzlichen Glückwunsch! Ich bin froh, dass Sie einer der wenigen Auserwählten sind, welcher exklusiven Zugang zu diesem noch nie zuvor gesehenen Video erhalten hat. In den nächsten paar Minuten werde ich Ihnen etwas zeigen, wovon Sie noch nie zuvor gehört haben. Etwas, das Ihnen gewährleistet, dass Sie in diesem Jahr noch mehr Geld verdienen werden, als Sie in den letzten fünf Jahren zusammen verdient haben. Wenn Sie damit aufhören wollen, Ihre wertvolle Zeit beim Pendeln zu einem Job, den Sie hassen, zu verplempern, der zudem auch noch schlecht bezahlt ist, und endlich auch so ein Guthaben auf Ihrem Bankkonto haben wollen, dann passen Sie jetzt genau auf. Jetzt mal im Ernst. Wenn dies nicht das wichtigste Video ist, welches Sie in diesem Jahr zu sehen bekommen, lade ich Sie zum Abendessen ein. Mein Name ist Jan Schneider und wenn wir etwas gemeinsam haben, dann ist es, dass wir beide hunderte Videos von sogenannten Gurus gesehen haben, die Ihnen mit irgendwelchen dubiosen Systemen tausende von Euro versprechen, solange Sie Ihre Kreditkarten-Details preisgeben. Stimmt's? Ich bin jedenfalls kein Guru und werde auch definitiv kein Geld mit oder durch Sie verdienen. Sie werden Ihre Kreditkarte nicht benötigen und Sie müssen sich auch nicht in Ihr PayPal-Konto anmelden. Diesmal müssen Sie sich keinen Scheinbetrug von fragwürdigen Pyramidensystemen oder stupiden Forex-Robotern anhören. Ich werde Ihnen zeigen, wie ich letztes Jahr 2,1 Millionen Euro verdient habe und das auf einer Yacht in der Karibik mit meiner Frau und meinem einjährigen Sohn. Da ich nicht an Ihrer Intelligenz zweifle, werde ich etwas tun, was zuvor noch keiner gemacht hat. Ich werde mich in drei meiner Bankkonten einloggen, sodass Sie sich mit eigenen Augen von meinen Kontoständen überzeugen können. Hier melde ich mich gerade bei meinem Barclays-Konto an. Um Ihnen zu beweisen, dass es auch tatsächlich mein Bankkonto ist, hier ist mein Name, Jan Schneider. Wie Sie hier sehen können, habe ich ein Guthaben von 612.182,31 Euro auf diesem Konto. Okay, jetzt logge ich mich in mein Konto bei der HSBC ein. Auch Jan Schneider hier oben in der Leiste. Okay, hier habe ich 581.381,70 Euro in barem Geld geparkt. Und schlussendlich melde ich mich bei meinem dritten Konto an, die Dich an und mein drittes Konto lassen. Hier steht mein Name. Und hier habe ich 997.687,47 Euro auf dem Konto der Bank of America. Nicht so schlecht, wenn Sie mich fragen. Da wir jetzt die letzten Zweifel beseitigt haben und Sie wissen, dass ich Sie nicht mit fingierten Screenshots über den Tisch ziehen will, sowie die ganzen Betrüger im Internet, denke ich, dass wir in die Materie eintauchen können. Sollen wir loslegen? Was Sie als erstes wissen müssen? Alles, was Sie bis jetzt über das Geld gehört haben, ist eine Lüge. Jede Formel, von der Sie schon einmal etwas gehört haben, wurde entwickelt, um den luxuriösen Lebensstil der Betrüger-Gurus zu finanzieren, während Sie enttäuscht, abgezockt und deprimiert zurückgelassen werden. Vertrauen Sie mir, ich habe schon alles ausprobiert. Heute wird sich aber alles ändern. Heute senden Sie diesen Internetbetrügern und Hochstaplern eine Botschaft. Denn zum ersten Mal überhaupt lernen Sie, wie Sie mehr Geld verdienen als ausgeben können. Die Methode, welche ich mit Ihnen teilen werde, wird Ihnen genauso viel Bargeld bescheren wie den folgenden Menschen. Vielen Dank, Jan. Ich habe letzte Woche angefangen, Ihr unglaubliches System zu benutzen. Und ich muss gestehen, nachdem ich so viel Geld mit anderen dummen Programmen verloren hatte, war ich zuerst sehr skeptisch. Aber dann dachte ich mir, ich habe nichts zu verlieren. Vor einer Woche war ich noch im Minus. Und jetzt habe ich 8182,12 Dollar in meinem Konto. Ich muss es Ihnen zeigen, damit Sie es selbst sehen können. Jan, ich habe diesen Monat 21.422 Dollar verdient. Es ist unglaublich. Ich kann nicht fassen, wie leicht und schnell es war, mein verdientes Geld abzuheben. Ich klickte einfach auf Abziehen, wie Sie sagten, und mein ganzes Geld war innerhalb von 24 Stunden auf meinem Bankkonto. Keine versteckten Kosten und keine Überraschungen. Wow, Jan, ich werde es echt nicht passen. Ich habe dieses System erst seit einem Monat in Betrieb und ich habe es schon weit über 41.000 Euro, 12,70 Euro an ihn. Also ich finde es einfach nur klasse. Ich konnte auf einen Schlag alle meine Rechnungen bezahlen. Ich habe Ihnen so viel zu verdanken. Und nochmal, alles, was ich Ihnen heute zeige, ist absolut kostenlos. Ich versuche nicht, Ihnen etwas zu verkaufen. Und ich will auch nicht hier Geld. Und hier ist der Grund. Vor etwa zwei Jahren habe ich eine sehr schwierige Phase in meinem Leben durchlaufen. Meine Frau war im achten Monat schwanger und ich wurde gerade von meinem Job gefeuert. Wir waren pleite, um kurz davor aus unserer kleinen Wohnung geschmissen zu werden. Das Ganze mit unserem Baby kurz vor der Entbindung. Ich habe wirklich jedes System, welches mir irgendwelche Reichtümer versprochen hat, gekauft und ausprobiert. Glauben Sie mir, ich habe alles versucht. Irgendwelche Dinge auf Ebay verkaufen, Affiliate-Marketing, Forex und selbst irgendwelche Pyramiden-Systeme. Ich habe einfach alles versucht und ausprobiert. Ich habe mit diesen sogenannten sicheren und bewährten Systemen nicht einen Cent verdient. Ich wurde öfter belogen und betrogen, wie Sie zählen können. Von gierigen Schweinen, die aus der Not von anderen Profit gezogen haben und ihr Geld gestohlen haben. Jedes Mal, wenn ich für das nächste große, viel und durchbruchversprechende Ding Geld investiert habe, saß ich ängstlich vor meinem Computer und habe gehofft, dass dies endlich die Antwort auf unsere Gebete ist. Aber es hat nie funktioniert. Mit diesen Scheiß-Systemen habe ich nicht einmal 20 Euro verdient, um meine Frau zum Essen auszuführen. Und dann, eines Nachts, hatte ich einfach genug. Ich wurde mal wieder verführt und habe 147 Euro in eine bescheuerte Software investiert. Nachdem ich das Geld eingezahlt hatte, habe ich erkannt, wie kompliziert das ist. Ich war so sauer, dass ich meinen Laptop an die Wand geworfen habe. Meine schwangere Frau fing unaufhörlich an zu weinen. Sie war so gestresst, dass wir ins Krankenhaus mussten, weil sie irgendwelche Schwangerschaftskomplikationen hatte. Zum Glück war sie okay. Ich erkannte aber, dass sich etwas ändern muss. In dieser Nacht, als ob es eine göttliche Eingebung gewesen wäre, ein unerklärliches Zeichen, in dieser Nacht habe ich endlich den Code geknackt. Ich bin auf den Profit Maximizer gestolpert, ein System von einem Super-Stealth-Hacker entwickelt, welches das perfekte Timing des Marktes ausnutzt, um Gewinn-Trades zu automatisieren. Der Profit Maximizer ist das am besten gehütete Geheimnis an der Wall Street. Da ich nicht viel Geld überhatte, nachdem ich es für nutzlose Software ausgab, testete ich den Profit Maximizer mit nur 250 Euro. Und als ich nach nur zwei Stunden bereits 210 Euro gewonnen hatte, wusste ich, dass ich darauf etwas Einzigartiges gestoßen bin. Ich war so in Sorge, dass ich das Geld verlieren würde, dass ich mich aber am selben Tag nicht traute, mein Kontostand zu prüfen. Als ich schließlich all meinen Mut zusammengenommen hatte, um mein Konto zu prüfen, schrie ich so laut, dass meine schwangere Frau panisch zu mir rannte, um zu sehen, was los war. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Ich blinzelte zweimal, um sicherzustellen, dass ich nicht halluziniere. Mein Konto wies 1269,14 Euro aus. An nur einem Tag habe ich 1019,14 Euro verdient. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gibt nicht viele Berufe, bei welchen man 1010,14 Euro pro Tag verdient. Es ist nicht so, als ob da eine wirkliche Arbeit dahinter stecken würde. Alles, was ich machen musste, war den Profit-Maximizer herunterzuladen und nur 250 Euro auf mein Konto einzuzahlen. Ein paar Knöpfe anklicken und beobachten, wie das Geld reinkommt. Und wenn ich jetzt kurz vorspule, nach einem Jahr habe ich 2.182.382,14 Euro auf meinen drei Bankkonten. Das habe ich Ihnen ja bereits gezeigt. Aber ich möchte nicht, dass Sie alles nur glauben, was ich da erzähle. Ich möchte es Ihnen beweisen und werde wieder etwas machen, was Sie noch nicht gesehen haben. Ich werde Ihnen live demonstrieren, wie ich in weniger als 10 Stunden 922,81 Euro verdiene. Bevor wir anfangen, bin ich verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass die Konten, die Sie live sehen, von einer unabhängigen Institution geprüft werden. Jedes Konto wurde auf Genauigkeit, Authentizität und Sachlichkeit geprüft. Dies alles ist 100% legal. Wie Sie wissen, ist dieses System narrensicher und wird Ihnen täglich mindestens 500 Euro Gewinn einbringen, auch wenn Sie noch nie einen einzigen Tag in Ihrem Leben an Finanzmärkten gehandelt haben. Ich starte, indem ich 250 Dollar auf mein Konto einzahle. Und jetzt werde ich den Profit Maximizer aktivieren und lasse Ihnen mein Konto verwalten, alles komplett per Autopilot. Beachten Sie die Zeit. Sie können sehen, dass es 19.17 Uhr ist. Da bin ich wieder. Es sind zwei Stunden vergangen. Ich ließ den Profit Maximizer laufen, um meine Trades automatisch mit seinem speziellen Algorithmus auszuwählen und es sind jetzt 315 Dollar auf meinem Konto. Das bedeutet, dass ich nach zwei Stunden bereits 65 Dollar verdient habe, ohne etwas dafür zu tun. Jetzt werde ich meinen Timer einstellen und komme in fünf Stunden wieder. Okay, da bin ich wieder. Und wow, es sind jetzt 560 Dollar auf meinem Konto. Alles vom hochentwickelten, automatischen Profit Maximizer generiert. Meine anfängliche Investition von nur 250 Dollar hat sich mehr als verdreifacht. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die gern handeln, dann haben Sie Glück. Der Profit Maximizer hat auch einen manuellen Modus, welcher dem Händler die Nutzung als Signalsystem ermöglicht. Und so funktioniert das. Zuerst in den manuellen Modus wechseln. Wir klicken auf Signal erhalten für australische Dollar US-Dollar. Wir müssen darauf warten, dass das System uns das richtige Signal zur Verfügung stellt. Also klicke ich auf Put und platziere einen 100-Dollar-Trade. Einfach, stimmt's? Holen wir uns noch ein Signal. Ich habe gerade Trade mit diesem Signal eröffnen gedrückt und den Trade-Wert auf 100 Dollar erhöht und auf Anwenden geklickt. Wir sind jetzt ein paar Stunden später zurückgekommen. Toll, wir haben die Trades gewonnen und unser Kontostand ist auf 925 Dollar aufgestiegen. Unglaublich, nicht? Der Profit Maximizer macht seinem Namen alle Ehre, stimmt's? Und er kann noch viel mehr. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Handelsstrategie zu konfigurieren, um Ihren persönlichen finanziellen Prioritäten und Situationen entgegenzukommen. Im Prinzip haben Sie also drei verschiedene Sorten von Algorithmen, die Sie auf der Basis Ihrer Vorlieben auswählen können. Jeder Algorithmus hat andere Indikatoren und Risikolevels. Wenn Sie also hoch auswählen, bedeutet das, dass Sie eine hohe Risikotoleranz haben und niedrig bedeutet, dass Sie eine niedrige Risikotoleranz haben. Sie können Ihren Algorithmus jederzeit verändern, damit das Profit Maximizer-System 100% an Ihre Vorlieben und Bedürfnisse angepasst ist. Okay, jetzt, da Sie Profit Maximizer in Aktion gesehen haben, bin ich mir sicher, dass Sie sich fragen, wieso ich Ihnen das Ganze kostenlos an die Hand gebe. Richtig? Im Grunde schenke ich Ihnen Geld. Nun, es gibt nur einen kleinen Haken. Ich verlange lediglich, dass nachdem Sie Ihre erste Million gemacht haben, Sie 1.000 Euro an eine Hilfsorganisation Ihrer Wahl spenden. Schauen Sie, 1.000 Euro sind quasi ein paar Cent, wenn Ihr Konto ein ähnliches Guthaben wie meins aufweist. Mein Ziel ist es, eine weltweite Spendenkette mit den wenigen Glücklichen, die Zugang zum Profit Maximizer haben, umzusetzen. Und wenn Sie nicht bereit sind, nur 1.000 Euro zu spenden, nachdem Sie Ihre erste Million verdient haben, dann verlassen Sie sofort diese Seite. Nachdem ich meine erste Million verdient hatte, habe ich gelernt, wie gut es sich anfühlt, einen kleinen Teil zurückzuzahlen. Und 100 kostenlose Kopien des Profit Maximizer-Systems zu verbreiten, ist meine Art, nicht nur Sie, sondern auch an Hilfsorganisationen Geld quasi zu verschenken. Wenn Sie noch hier sind, nehme ich an, dass ich hier Wort habe, dass Sie 1.000 Euro an die Hilfsorganisation Ihrer Wahl spenden, nachdem Sie Ihre erste Million verdient haben. Jetzt müssen Sie meine Anweisungen genau befolgen, da diese einmalige Chance nicht noch einmal kommen wird. Sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse unten eingeben, gelangen Sie sofort in den geheimen Mitgliederbereich und haben Zugriff auf das gleiche Software-System, mit welchem ich mehr als 2,1 Millionen Euro alleine im vergangenen Jahr verdient habe. Absolut kostenlos. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das jetzt sagen soll, aber ich habe gelogen. Es gibt noch einen anderen Haken. Wenn Sie nicht einer der ersten 100 Personen sind, die Ihre E-Mail-Adresse unten eintragen, erhalten Sie keinen kostenlosen Zugang zum Profit Maximizer. Wenn Sie dieses Video sehen, gibt es noch ein paar Plätze. Geben Sie also schnell Ihre E-Mail-Adresse unten ein und sichern Sie sich hier einen Platz. Auch hier ist alles kostenlos. Sie zahlen nicht einen Cent. Was haben Sie zu verlieren? Aber es gibt nur ein paar wenige Plätze. Beeilen Sie sich und geben Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse ein. Zögern Sie nicht. Das wird Sie nicht einen Cent kosten. Wenn Sie sich nicht beeilen, wird Ihr Platz vergeben sein und Ihr Geld wird mit ihm verschwenden. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie, um sofortigen Zugriff zu erhalten. Das wird Sie nicht. Das wird Sie nicht mehr sehen, sondern Sie müssen nicht mehr sagen, aber Sie müssen eher die E-Mail-Adresse ein. Die E-Mail-Adresse ein sieben Cent. Vielen Dank.